Willkommen zurück zu Let's Play, ja, there is a generation of War Zero, ja, erstmal, warum ich noch nicht im Kampf bin, ja, ich hab erstmal die ganzen Waffen abgegradet, hab auch sehr vieles konvertiert und, na gut, jetzt sieht man hier nichts mehr, aber hier konnte man die ganze Zeit was machen, denn ich habe, diese grünen Sachen sind von der, der Ausrüstung selbst. Und hier, wir haben jetzt Resist Burst, Paralysis, Blind, jede Runde 10% HP Restore, 35% Vitalität, äh, magische Verteidigung, Verteidigung und Stärke mehr. Sie hat so ein bisschen mehr normale Verteidigung, Agility und Vitalität, aber jetzt kommt, sie hat Vollmagie und Intuition, äh, Ausweichen hoch, Instant Death Resistance, HP Up, ich muss das noch auffüllen, die HP. Item Drop Rate Up, allgemein so, für Gegner und HP jede Runde werden, ja, auch nochmal Restored. Äh, Shannini hat auch ein bisschen Magie, aber hauptsächlich dann auch Glück, dass sie auch hoffentlich ausweicht, deswegen auch Agility. 15% HP jede Runde, Restored, Genauigkeit hoch, eigentlich sollte 15% auf Upli noch rauf, aber hey, ein bisschen verteilt. Du hast einfach nur 5%, sie hat einfach nur 2 Movement, dass man 2 Felder mehr gehen kann. Ich glaube, sie war die, die am wenigsten gehen konnte, wenn nicht, dann war das Shannini. Aber eine Heilerin, die sehr weit gehen kann und eine tolle Reichweite hat, ist doch gut. So, dann wären wir hiermit durch. Das war aber noch nicht alles, denn, es gibt ja auch noch Stärke hoch und alles Mögliche. Die ganze Stärke, wow, dass ich jedes Mal da wieder hin muss. So, machen wir das mal so. So, Vitalität kriegt mal, öh. Einmal Upli, nochmal Upli. Oh, Alter, ist das bescheuert gemacht hier. Nochmal Upli. Dann einmal Dana. Alter, warum nicht gleich auf Ja? Meine Güte. Und einmal Shannini. Ich hasse das. So, Agility up. Shannini. Nochmal Shannini. Einmal Upli. Und zweimal wir selbst. Ja, es muss sich jetzt auch einfach mal verteilen. Und ich wollte nicht alles offscreen machen. Ich sitze ja schon eine Dreiviertelstunde gefühlt dran. Oh, Intuition. Zweimal Shannini. Zweimal Upli. Und alter Upli hat jetzt super Stats. So, luck ab. Einmal Upli. Einmal Shannini. Nochmal Shannini. Und einmal sind wir dran. Ungefähr erhöht das eigentlich das Glück? Eins. Ja, es ist, glaube ich, jetzt alles immer nur ein Punkt. Slightly increases Maximum HP. 500. Ja. Kann man nehmen. Ähm, Shannini braucht auf jeden Fall Leben. Letzte Frage. Upli hatte ja jetzt genug Plus. Yep, Shannini braucht definitiv Leben. So, Stärke ab Plus. Das gibt schon mal drei Stärke. Dann bekommt einmal... Ich weiß nicht, Shannini hat ja auch ein bisschen offensiv was, oder? Auf jeden Fall bekommen wir einmal. Und dann sage ich einfach mal Dana. So, Vitalität Plus. Wer bekommt denn hier besonders Verteidigung? Ähm... Gehen wir mal Upli. Achso, ich habe es zweimal. Dann einmal noch Shannini. Ich finde nämlich schön die verwundbaren Leute... Bisschen mehr was geben. Oh, das zweite... Da kriegt auch Shannini. Luck ab Plus. Gibt Shannini. Das zweite geben wir uns selbst. Wobei wir eigentlich... Bei uns selbst genug Glück drauf haben. Maximum HP ab Plus. 1000 AP. Ich meine, das ist nützlich. Hier, mach mal Shannini. Alter, das ist viel. Gehen wir Alice auch nochmal was. So, wer kriegt jetzt das nächste? Leonis wäre auch nicht schlecht. Dana aber auch nicht. Gehen wir Dana. Jetzt habe ich fünfmal Proof of Valor. Erstmal Grasshealed ganz normal, ne? Erstmal wieder ein bisschen Vollheil hier. Weil ich zu faul bin, jetzt irgendwo hinzugehen. So, du hat es noch. Hat noch irgendwer? Ja, du. Bei dir müssen wir auch wieder zweimal nehmen. Dann müsste jeder voll sein. Proof of Valor. Changing Classes. Ich habe keine Ahnung, was das bewirkt. Also werde ich gleich mal speichern und das einfach mal benutzen. Aber um mich jetzt mal eiskalt nur... ...die Stats zu zeigen. 5400 Angriff. Why not? Ich habe mich mal einfach jetzt mit Ausrüstung OP gemacht und Ende. Ja gut, diese Spirits sind egal. Hatten wir Abli schon? Ja gut. Alice ist jetzt nicht so OP. Und da ist halt die Klasse oben drin. Captain Stauder und so. Und Spaß. Wie haben wir... Herr? Ja, 5700. Magischen Angriff. Wandering Lotus. Deswegen werde ich einfach mal speichern und jetzt mal gucken, was passiert, wenn wir die Klasse ändern. Das klingt nämlich gerade schon so ein bisschen interessant. Benutzen wir das einfach mal bei Abli. Okay, wir erlernen instant den nächsten Extraskill. Haben so ein bisschen Angriff, Verteidigung. Treffer hat uns weiterbekommen. Ein bisschen AP mehr. Oh, nee, Abli war die, die nicht so viel move'n konnte. Uh, 4. Man muss nicht gleich nochmal was wechseln. Mehr Maximum Leben bekommen. Number of Skills Slot increased. Ach, du heilige Scheiße. Ach, du heilige... Stay classy. Neues Achievement. Ja, Leonis auch mal bitte. S-Strike. Ich glaube, wir haben heftig viel Leben dazu bekommen. Na gut, 500 vielleicht. Hm. Na, ein bisschen mehr von allem, ne? Nicht gerade nennenswert, aber... Hauptsache Movement. Movement ist immer gut. Oh Gott, warum hab ich das vorher nie gesehen? So. Abli hat jetzt muss nur noch Cianini ran. Die Illusion. Finsternis. Das klingt doch schon mal sehr, sehr... Verletzend für die Gegner. Oh, ein Movement mehr. Das ist so awesome. Okay, wen geben wir denn noch was? Dana? Ähm... Alice. Eternal Cross. Ja gut, auch Movement. So, die Frage ist, wem geben wir jetzt das letzte? Irgendwie will ich's Teterer geben, die ist nur nicht da. Aber ich glaube, ich geb's Dana. Scheiß auf Eugene. Und apropos, ich hätte Sieghardt, Friede, Linde und die ganzen anderen Konsorten der ersten Generation in Alchemie-Dingsbums wiederholen können. Denk ich mir so, okay, warum? B-Infernung. Das klingt doch schon mal alles sehr, sehr nice. So, was meinen die jetzt mit Skills? Oh, ha. Ja, dann geben wir dir noch mal... Nein, ne Cross Edge. Und dann denke ich mal... Speed Up Plus. Die... Ja, wow. Thunder Spike ist neu. Habe ich mir auch hergestellt. Und... Ja, Flame Edge. Oh, du hast was Interessantes bekommen. Ja gut, mehr als das habe ich jetzt nicht. Und du bekommst den Storm dann auch wieder rein. So, was wollte ich jetzt hier changen? Ich wollte hier Movement hochballern. Removen wir mal das. Earth Needle? Passt mit Dark Flame. Why not? So, Ascension Showers. Shining Strike. Resurrection kostet... 24 AP. Ich glaube, ich nehme da Resurrect rein, weil die ja eh meistens instant wieder sterben. Genau, wie du das hast. So, du bekommst kein Electro-Skill. Dann müsste ich theoretisch doch nochmal zurückgehen und mir einen holen. So, was bekommst du denn jetzt noch? Light Heal. Oder Resurrection Come. Whatever. So, dann bekommst du einfach mal das hier. Und da war ich jetzt durch, ne? Yep. Upli... Bekommst schönen Movement hoch. Alter, Apli hat jetzt 11. Oh, wow. Status? Ich würde gerne... Sehen, was S-Strike uns so macht. Nicht Raging Force. Ähm... SP-250. Ja, nee. Da werde ich doch niemals hinkommen. Shining Strike. Leones Ultimate Technique. Lowest der SP. Ja. Dana, ich kann da nicht rein. Das ist so... Warum kann ich da nicht rein? Muss ich das mit Maus machen? Ultimate Technique. Leider geht's nur auf einen. So, Luminary Refle... What? Ahahahah. Das würde ich mal zu gerne sehen. Aplis. Mit ihrem Damage, ey. Du hast schon Fire Breath? Was hattest du denn als verdammter Geist, ey? Ach, du Heiliges. So, die Illusion. Das würde ich auch sehr gerne sehen. Holla, die Waldfee. Das geht ja auf beide Stats. Das sind der Angriff und magischen Angriff. Und gibt immer einen Critical Hit. Eternal Cross. Alter, das macht alle AP von denen runter. Also, Leones und Alice Angriff. Problem ist, Alice Angriff ist auch nicht so stark dafür. Jetzt habe ich Leones Stärke nicht gesehen. Oh, von Mimele hätte ich auch gerne das gesehen. Doch, Leones macht schon etwas mehr Schaden. Ei, 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 ei. Das hätte ich zu gern gesehen. Einmal speichern. Und dann können wir Giganda schön auf die Fresse kloppen. Ich bin einmal kurz raus. Einmal wieder auf Skippen. Denn das kennen wir ja schon alles. Also, wenn ich jetzt verliere, dann weiß ich auch nicht. Dann ist das wieder doch noch gescriptet. Ich habe keine Ahnung, um wie viele Stats ich mich jetzt genau overpowered habe. Aber das ist mir dann so ziemlich gerade egal. Ach ja, und die ganzen Items, die schon voll waren, habe ich halt auch konvertiert. Und meistens sind halt diese Bonus-Stats rausgekommen. Jetzt einfach mal go, go, go. Ich will jetzt wissen, wie scheiße OP ich geworden bin. Schanini ist jetzt die schnellste. Okay. Alle sind miteinander verbunden mit irgendwer... Wow, Giganda. Warum gehst du jetzt so heftig hart gleich sofort rein? Das gefällt mir nicht. So, was machen wir? Shadow Burn? Naja. Du hast den Stardust, ne? Nein. Wer hat jetzt den Stardust, bitte? Was? Ach doch, du. Es trifft jetzt doch nur sie. Ähm, na gut. Ich bin mal hier halt so. Dann machst du... Und du hast das nicht. Hattest du nicht irgendwann von mir auch nicht dieses... Das hier. Rapid Move und Blast. Ich glaube, ich bin schon wieder im falschen Universum. So. Burstet Hit war das mit Trickled. Ja. Dann nochmal ne Dark Flame. Ich weiß nicht, was du so machen solltest. Vielleicht ganz am Anfang gar immer was raushauen, Mann. So, Stardust. Dann machst du Impuls. Critical Charge war mit was? Aber ich will dich eh aufbewahren fürs Heilen eigentlich. So. Was machst du, ne? Cross Edge. Power Attack. Burstet. Dann haben wir Earth Needle, Dark Flame. Earth Needle, Dark Flame. Was kannst du noch machen? Hat das mit Trickled was gemacht? Nö. Dann würde ich sagen, bevor wir mit den ganzen Shadow Burn anfangen, äh, machst du doch mal einen Impuls. Ich will die nämlich jetzt komplett rausnehmen, soweit es geht. Ein wenigstens. Ich glaube, einer stirbt einfach mal so. Eigentlich sollt ihr auch zuerst einen Dark Flame machen, aber... Na, na, wobei. Ich glaube sowieso nicht, dass das irgendwie killt. Geht das mit Burstet? Nö. Dann nehmen wir doch lieber den Trickled, den wir hier haben. So, mal gucken. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das ist Schaden. Ich glaube, der ist tot. Holy shit. Okay. Das ist doch wohl etwas OP. Das hat ja noch nicht mal so wirklich Shadow Burn grad. Wow. Alter. Das nenne ich doch mal gut gelevelt sein. Leider kein Break. Aber so wird es kein Overkill. 4900 Erfahrungspunkte? Oder 49.000? Ich glaube 4900. Ach, schade. Ich hätte die gerne geoverkillt. Unicorn Horn. Mhm. So, stand by. Du kommst nirgends ran. Oh. Hat niemand was. Ihr habt nur noch was. Ja, die Divine Attack habe ich neu bei Skill Research dann gefunden. Rapid Move Blast. Rapid Move Blast. Was hast du sonst noch? Den Thunder Spike möchte ich dann mal sehen. Oder mach einfach mal das hier. Ja, gut. Ist jetzt nicht unbedingt was Besonderes, aber ja. Hat ein bisschen Schaden gemacht. Wir haben jetzt alle auch schön viel AP mehr. 2.600 für einen Hit ist schon nice. Auch wenn diese mehrfach Hits... Ähm... Trotzdem insgesamt ein Meshach. Ah, wow. 3.600. Oh. Yes, Miss. Zum Glück habe ich dir ein bisschen Agilität gegeben. Du hast 10 AP. Dann kannst du ja eigentlich noch mal was raushauen, aber ich glaube, das lasse ich mal bleiben. Moment mal, warum habe ich jetzt schon wieder... Oder jetzt schon 64 SP? Okay. Du hattest keinen Buff Skill, ne? Doch Speed Up. Ah, und Stamina Up. Ähm... Wen verschnellern wir denn mal? Wir essen langsam. Wir selbst... Können wir mal Speed Up'n. Weil wenn Heiler mal zuerst dran sind und nach jeder Runde ist meistens auch besser. So... Eugene ist eigentlich scheißegal. Wen geben wir Vitalität? Upli. Upli kriegt ein Stamina Up. Genauso wie Shenini. Vor allen Dingen, weil die gerade bei Giganda stehen. Ei, 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 ei. Was? Nur weil ich mich gerade gedreht habe und nicht mehr in Range bin, oder was? Oh, ist das bescheuert. Ja gut, dann kein Stamina Up für Shenini. Da wir in diesem Zug eh nicht mehr dran sind. Für die SP! Das hat mir doch SP gegeben, oder? So, dann geht mir mal auf die Fresse. Äh... Alter, das ist jetzt lächerlich. 16 Schaden? Treffen kann er auch nicht mehr? Alter. Ich hätte die Waffen nicht auf Level 5 auf... 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 Dingchen besollen. Alter, das ist ja jetzt lächerlich. Okay. Äh... Theoretisch kann ich dadurch sagen, ich... Ja... Sammle jetzt... Oder kill den nicht. Mache Overkill bei diesem komischen Vieh. Und... Äh... Ja... Äh... Spare dein SP. Und zeig mal diese... Awesome... neuen Skills. Und wär ja auch mal was. Wobei... Den könnte man, glaube ich, jetzt schon overkillen. Und Giganda will ich auch am besten overkillen. So... Ab hier ist die, die am meisten was hat. Naja... Hauen wir jetzt alles raus. Einmal das... Wie gesagt, Flame Edge... Thunderspike... Charge Blast... Dann einmal das... Was kannst du jetzt alles raushauen? Einmal den Puls. Dann, äh... Dann, äh... Börste... Dann kannst du ein Trick mitmachen. Oder... Nö... Lassen wir mal... Power Attack... Äh... Lassen wir das erstmal frei. Okay... So... Du machst einen Impuls... Den Rest brauchst du noch. Du machst einen Impuls... Earth Needle... Dark Flame... Wobei ich das erstmal für den Schluss aufbewahren sollte. Noch ein Impuls... Stardust... Dann machst du das hier... Dann machst du das hier... Noch eine... Na... Divine Attack... So, was hast du jetzt noch übrig? Eine Sonic Wave... Einmal ein Blast... Dann mit Dark Flame... Äh... Noch eine Dark Flame mit Earth Needle... Und jetzt kannst du auch deins raushauen. So... Jetzt hast du noch einen Tricklet... Kannst du es aber nicht weiterverwenden... So... Dann... Dann bin ich erstmal gespannt. Sollte ein Overkill werden... Ach... Das war ein kritischer Treffer eben... Uncool... Ja... Und der Part geht eine halbe Stunde... Die ganze Story nach... Ähm... Nach dem Kampf werden wir dann definitiv im nächsten machen... Ich denke mal... Wenn ich diesen... Skill zeigen will... Dauert es noch länger als eine halbe Stunde... Dann werde ich am Anfang irgendwo hinschreiben... Wahrscheinlich... Skipp dahin... Für die ganze Umrüstungskacke... Ich bin mal gespannt... Wie viel Hits ich jetzt zusammen bekomme... Ich glaube ich brauche eine... Über 600er kommen oder so... Yay... Für ein Achievement... Das wird locker ein Overkill... Ich bin gespannt... Welches Item ich bekomme dafür... Komm schon... Break... Das macht irgendwie sehr wenig Schaden... Nur 100 Able... Ich bin enttäuscht... Schräg-schräg... 130... Aber... Dafür macht das Status auf einmal über 1000... What? Heiliges Bisschen... Endlich ein Break... Ich glaube wir sehen endlich mal eine Kombo über 100... Lässt sich ja auch mal sehen... Ach... Du... Ein Einschlag... Fast schon 10.000... Ich glaube ich brauche nie wieder leveln... Oder irgendein Stat verteilen... Ja... Das war jetzt etwas viel... Aber... Wie viel Schaden musste man noch mal machen... Für das Achievement... Ich habe keine Ahnung... Aber ich bin glaube ich noch nicht mal annähernd dran... Yay... Yay... Ich liebe diesen Skill... Gleich nochmal... Oh... Der Schaden Alter... Ja gut... Eine halbe Million Schaden werde ich eh nicht mehr rankommen... Hauptsache über 100... Wird mir noch nichts bringen... So... Three Stars... Uh... Aggie ab... Das ist sehr nice... So jetzt kann nur niemand mehr was machen... Wow... Was ging denn bei dir jetzt alles hoch? So... Shennini... Stamina ab... Hast du dir selbst jetzt schon Stamina abgegeben? Wo sieht man das überhaupt? Ich glaube nur Speed... So... Dann gehen wir dir nochmal ein Speed-Up... Und dann wären wir fertig... So wieviel Schaden machst du mir jetzt? Das hat schon mal mehr Schaden gemacht... Und das hatte ich noch gar nicht gesehen... Ist für mich auch noch neu... Ich glaube das hätte auch sehr sehr viel Schaden gemacht... Ah... Das geht so... Alles klar... So... Shennini hatte... Ah... Gut... Machen wir das so... Damit verbunden... Du gehst dann hier hin... Und das war's... Oh, Gigan, da bewegt sich kein Stück... Was ist denn da los? Das ist leider viel zu wenig... Ähm... Sag schon... SP, was wir momentan da haben... Wie gesagt... Ich würde gerne diese Dinger zeigen... Und alles gleichzeitig auf ihn ballern... Irgendwie logisch, wenn ich ihn mit finsternes Element angreife, oder? Ich glaube, ich schneide hier noch diese SP-Sammelerei... Sammel... Äh... Ähm... Raus... Ha! So, das ist... Du... 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 Ja, okay... Das finde ich jetzt uncool! Ich war so kurz davor, die Skills zu haben! Und dann sagt der Kampf einfach... Yo! Ich bin auf ne bestimmte Anzahl an Rp runter... Dead End Storm, und das war's? Was? What? Das finde ich jetzt nicht korrekt. Spiel. Überhaupt nicht korrekt. Wie kannst du so etwas machen? Das geht doch nicht. Wow, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin, viel Spaß und tschüss. Das zackt jetzt. Bis zum nächsten Mal.